hallo und herzlich willkommen hier ist der pink panther und wir spielen need for speed rivals und ja wir hängen zusammen mit nitrowalle loluma und den xonic xonic okay genau wir haben jetzt machen jetzt ein rennen zwei polizisten gegen zwei razer und ja geht direkt wir haben gestartet so dann los fahrt mal gas ihr beiden weil wir verfolgen euch nämlich jetzt ab geht die luzi ich war übrigens mal russia die beiden racer haben jeweils einen porsche und ein bmw kennt er vielleicht noch wie wir auf der gamescom bahn haben wir ja auch die autos gefahren doch da die trocken ein kassiert von mir jetzt habe ich noch ein bisschen bieter hier also es ist gar nicht so einfach war ich habe noch erwischt kurz das sind ja ich bin gerade noch fix durch geschlüpft das ist ein sinn ich bin nur schade immer hinterher ist gar nicht so einfach hier das problem ist ich weiß jetzt nicht wo er hin ist ich muss glaube ich mal anzeige machen entweder ich erwische jetzt noch so dass ich jetzt in den nächsten paar doch da unten ist er also bei den geschwindigkeiten echter musste reaktionen haben ohne ende jetzt einer hier entgegen kommt der das ist so böse ich denke es auch ein bisschen schwerer als in den anderen so jetzt habe ich ihn an gesetzt und zack schock rammer eingesetzt also ich bin fast tot er ist wieder auf dem rückweg ja schon wieder vorne ist er wow so verfolgst du uns jetzt nee ich habe euch eigentlich nur gesucht weil ich auch ein bisschen spaß haben will ich hoffe es gleich noch drauf mein freund keine angst jetzt das war knapp wo ist man lang vielleicht muss man einen punkt setzen das ist eine schnittrowolle wo seht ich setze jetzt mal zum litroen punkt rute ah jetzt habe ich ihn alles klar naja schau folgt ihr mich jetzt keine ahnung das erzählen wir dir doch jetzt nicht irgendwann bist du spätestens benötig wenn du das nicht mit 160 sachen auf dich zu kommen dann weißt du bescheid alles klar ja ich hab mich gerade selbst auch nicht Scheißverkehr. Ah, jetzt wurde ich von den Bot-Cops gerammt. Hallo, du mal, das drei Kilometer ist weg. Du kannst doch schon bald wieder runterfahren. Ah, die liegt doch nicht. Du kannst doch nichts sagen. Boah, ich nutze hier wirklich jeden Zentimeter von der Straße. Hoffentlich nicht die Leitbank. Danke. Doch, so ein bisschen. Ab und an. Das schöne ist, man braucht nicht unbedingt aufs Radar gucken, sondern man kann tatsächlich auf die Straße gucken. Dann kriegt man halt auch so ein bisschen angezeigt, wo er lang fährt. Ja. Da hat man immer so grüne Pfeile. Boah, alter, alter. Ich bin hier nur am Driften. wieder zu euch. Mach das. Au. Ist auf jeden Fall gar nicht so einfach. Ja, und wir werden natürlich auch noch von Bots unterstützt. Also das kann man auch, glaube ich, gar nicht ausstellen. Huah, was? Alter, war voll ein Metall-Tor. Oh. 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 Alter, du bist aber auch nicht so schnell unterwegs. Am übelsten finde ich diese Privatautos, alter. Was haben Privatautos auf der Straße zu suchen? Oh, Herr Pfeile. Oder? Ja, aber... Ja. Irgendwas. Wäre ja so, als wenn hier Flugzeuge unterwegs wären. Was? Und da kommt der Frontal auf mich. Achso, die Privatautos. Autsch. Da kam sie als Pulk angefahren. Da ist die noch. Oh, du hast schon einen Hubschrauber hinter dir her, alter. Wie geil ist das denn? Wäre ich jetzt? Ja. Aha. Du Scheiße. Ja, das ist gleich Nagelbänder. Oh, schadenkritisch. Ah. Alter, du leckst hier rum. Das ist unnormal. Ich? Ja. Komisch. Schrecklich nicht. Wenn ich nicht drüber lapsch, steht es voll meinen Kameraden dran. Mein Kollege. Weil meine Leitung ist ja auch nicht gerade schlecht. Das ist einfach nur so. Nee, das liegt am Spiel. Also ich hab manchmal im Spiel, stehe ich den auf einmal ganz normal. Ja, das ist auf einmal. Ja, als wenn ich nicht mehr weiterfahren würde. Das ist ein Bug. Muss ich ihn ja fixen. Ja, mein Freund. Du hast einen Fehler gemacht. Ich bin hinter dir. Ja, hab ich auch gerade. Ich bin nicht drüber lade. Oh, Tino. Lasse. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ey. Boah, bleib doch weg. Oh, Junge. Das ist scheiß Hobbypolizisten. Ja, ich bin ein Kamerakopf hier. Was? Einmal ist er vor mir. Einmal ist er hinter mir. Tino, du hast mich gerade mit der Schockwelle getroffen. Ich hab ja keine Schockwelle genommen. Ich. Hab die besorgen. Egal. Irgendwann hab ich den wegen getroffen. Boah, Nitro. Was? Du greifst mich an? Jetzt sind wir noch gut? Ah, nein. Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich. Nein, darfst du nicht. Doch, ich hab dich mit der Schockwelle voll getroffen, Alter. Ich hab's gemerkt. Nein. Ja, nein. Lulumat ist raus. Jawoll. So, jetzt noch den Nitro. Der muss auch irgendwo rumspringen. Der hat uns die ganze Zeit verfolgt. Da ist er doch. Oder? Nee. Nee, der ist weggefahren. Das ist glaublich. Woan ist er? Wo denn? Vor mir. Ne ganze Ecke. Oh Gott. Dein 180 ist hier. Boah, da brauch ich ne ganze Weile bis ich jetzt bei dir bin. Ich hab mich jetzt aufs Radar gepackt. Ja, er ist bei der Tankstelle. Jens, was? Da ist grad das zivile Auto voll mit der Schockwelle weggeprescht. Ich bin da voll wie das Ding hier am Driften ist, ohne Witz. Schon wieder ein Rad, Ernst. Hättet ihr was dagegen, wenn ich normal einfach auf der Karte noch ein bisschen weit rumfahre? Ne, fahr doch. Okay. Boah. 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 Ich hab den Nagelbänder hingelst. Ja, ja. War jetzt grad umgedreht und deswegen... Nur schnapp ihn dir. Er hat dich schon wieder repariert. Oh, oh. Bam, Alter. Der hat... Es ist... Lagerfeld getroffen und... Ja, wie unfestig. Bam, Tino, man kann... Was? Boah. Tino, mein kaputt. Nein, der fährt da durch. Scheiße. Oh, kacke. Gott. Ja. Ja. Ja, als durch die Geraden, äh, durch die Dinges fährt. Voll der Nu. Voll der Nu. Du nutzt aber auch jeden Zentimeter auf einer Straße, ey. Jo. Ich hab ihn mal in der Schockwelle. Komm, fahr das Nagelband. Ja, ne, ne. Oh, ne. Oh, ah, scheiße. Er kommt dir entgegen, glaub ich. Ja. Mir fällt, glaub ich, die erste Dankstelle. Achtung, wenn er er bekommt. Ja, ja. Macht er. Oder auch nicht. Ich hab ihn voll erischt. Dreht wieder um. Oh, sorry. Oh, wie ist mein Nitro-Taste? Zum Spam. Das ist gar nicht so einfach. Jemand, der so ein einigermaßen gutes Auto hat. Ich glaub, mein Reifen ist im Arsch. Nein. Zivil-Auto. Im Schrock. Weil es mit den zivilen Autos in den anderen Need for Speed schon fast extremer war. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hinter ihm bin. Aber sieh, das ist halbwegs in Ordnung. Die sind echt die Cops nerviger. Das sind die Bot-Cops. Ah, Nitro ist weg. Ich seh ihn ja mehr. Äh, ich glaub, der ist hinter dir. Oder? Hinter mir? Ne, das kann ich sagen. Der ist auf der Karte. Ne, da vorne ist er. Ich seh dein Level 2. Ne, ne, das ist er nicht. Das sieht aber auch episch aus. Oh. Da ist er. Sag doch nicht, als da ist er, dann weiß er doch, dass wir hinter ihm sind. Oh Mann. Egal. Du verrätst ihm das doch. Meine Karre ist einfach viel zu langsam. Ne, ich bin schnell, Alter. Ihr seid echt so schnell. Komm gleich hin. Häh! BOOM! Alter Falter! Ich bin voll ins Wasser geflogen. Ja, den kriegen wir nicht mehr. Ach, den haben wir denn da? Oh, oh, Cops. Ach ja, fahren wir doch mal eins rein hier, du blunder Cop, ey. Also die Bots sind echt reißig doof. Ja. Haben Bots aber so an sich. Ich muss nicht rollen. Ah, das war's. Das war's. Ich komm wieder hinter keinem her. Die Karre ist einfach viel zu langsam. Das war's. Das ist mir mal ein Punkt zu dem. Easy Drive. Nino, du sollst nicht mich kaputt machen. Warum nicht? Ach, hier vorne, der ist vor uns. Oh. Das war der falsche Wagen. Ui. Ja, ich bin Zivilpolizei. Wie Zivilpolizei? Ja, undercover. Ja, toll. Wo willst du mich denn wissen dann? Ich hab da nichts Auto gesehen irgendwie. Ja, das ist entweder ein rotes Zeichen, dass der Gracer im Blauen läutet. Ich hab Nitro... Ach, hier vorne kann man ja so gut springen. Ja? Ja, das zeigen wir auf jeden Fall noch. Wenn wir jetzt links fahren, muss das eigentlich hier sein. Boah, das driften ist geil, ey. Ja. Was? Wo denn? Wo kann man denn springen? Ich hab... Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher, aber ich hab irgendwas jetzt vom Berg runter gesehen. Das sah so aus. Ne, doch nicht. Ach, schade. Nein! Ich hab ihn gefunden, Tino. Oh. Das ist falsch. Haha. Da ist er doch. Links, rechts? Länge, rechts. Oh, Nitro. Lass ich mich kaputt machen. Es geht anders rum. Wir müssen dich... Oh, Alter. Ja. Oh. Ich heiz hier wie ne irre Sau, Alter. Ich weiß gar nicht, wie dir... Ihr seid so schnell. Ich komm da nicht hinterher. Ums, freck mich. Naja, geht. Wow, nein. So, na gut, okay. Auf jeden Fall haben wir euch beide, glaube ich, jeweils einmal gekriegt, ne? Ja. Genau. Funktioniert, tut's auf jeden Fall. Na gut. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, in dieser Art und Weise, dann schreibt es in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen nach unten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hört's darin. Bis zum nächsten Mal. Tschüssigowski. Ciao. Tschüss. Autsch. Ich hab ne Mülltonne auf meinem Auto stehen. Bin ich jetzt ein Müllwagen? Ne, das ist ein Bushalte, oder? Ne, ich bin ein Müllwagen. Ich hab ne grüne Mülltonne auf dem Tisch. Äh, auf dem Auto. Und ich kann damit fahren. Oh, jetzt hab ich sogar vorne an der Front noch einen. Da, abgeliefert.